The Originals. Ich mache mir Sorgen wegen Hayley. Sie wird jeden Tag grausamer. Kannst du nicht sehen, dass sie langsam daran zerbricht? Ich bin jetzt ein Hybrid. Und ein Werwolf-Temperament schlägt voll durch. Ich bin Michael. Der Vampir, der Vampire jagt. Weil es möglich ist, dass Sie etwas besitzen, das sehr gefährlich für uns ist. Sie haben den Fall, der euch töten kann. Vater. Wir beide haben ja auch noch eine Rechnung offen. Ich habe diese Hexe getroffen. Ich habe die Augen dieser jungen Hexe gesehen. Und ich schwöre dir, sie ist unsere Mutter. Niklaus. Unser Vater. Ich habe ihn gesehen. Er hat den weißreichen Pfahl. Dann gibt's nur eine Frage, die wir uns stellen müssen. Welchen unserer beiden Eltern töten wir zuerst? Die Originals. Die komplette zweite Staffel. Jetzt als Blu-Ray, DVD und digital. Wir. Machen wir, was immer wir wollen. Ich habe es satt, herumkommandiert zu werden. Ich liebe die Erde. Kaus aus dem Wasser! Los! 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 Los!